Bildung ahoi! Die MS Wissenschaft ist heute in Wiesbaden-Biebrich vor Anker gegangen. Das Ausstellungsschiff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bietet kleinen und großen Besuchern einen Überblick rund um das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Ziel ist es... Erstens den Begriff der Nachhaltigkeit begreifbar zu machen und dann zweitens zu informieren, welche Forschungsprojekte es gibt, wie kann man sich engagieren vielleicht auch. Wir haben zum Beispiel ganz am Anfang die Litfaßsäule, wo lokale Projekte rund um das Thema Nachhaltigkeit gezeigt werden, wo eben die Besucher hoffentlich mit vielen Aha-Effekten mit nach Hause gehen und vielleicht dann noch langfristig ihr Handeln umsetzen. Es geht also darum, vor allem jungen Menschen den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen näher zu bringen. Neben der Besonderheit, dass sich die gesamte Ausstellung auf dem Schiff befindet, können sich Besucher außerdem aktiv an den Objekten ausprobieren und informieren.